Es geht um die steuerliche Dimension und dafür haben wir wieder drei Panelisten. Zum einen auch der Organisator dieses Events, Helmo Pape. Er ist geboren 1972, gelernter Tischler, studierte Hochbau, bevor er 1997 in die Finanzbranche wechselte. Seit 2008, als er in der Finanzkrise mit dem Grundeinkommen in Berührung und nicht mehr davon loskam. 2014 beendete er seine Tätigkeit als Derivatehändler in Wien, um seinen Zweifeln an der Finanzwelt Rechnung zu tragen und sich seiner kranken Mutter widmen zu können. 2017 gründete er nach der Schweizer Volksabstimmung zum BGE den Verein Generationen Grundeinkommen in Österreich, den er bis heute leitet. 2021 initiierte er ein Volksbegehren zu diesem Thema, welches 2022 im Parlament behandelt wurde. Er ist also nicht nur Ex-Banker und Aktivist und mein Freund, sondern auch Mitglied des Freiburger Institutes of Basic Income Studies, Fribis. Autor und Speaker zum BGE. Unser zweiter Panelist ist Ulrich Schachschneider. Er studierte nach fünf Jahren Tätigkeit als Bauhandwerker Energietechnik, Soziologie und Umweltpolitik. Er arbeitet als Energieberater, freier Sozialwissenschaftler und Dozent und versteht sich als konkreter Utopist. Seine Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind sozial-ökologische Transformation, soziale Energiewende, Postwachstumskonzepte sowie der Zusammenhang von Grundeinkommen und Ökologie. 2014 veröffentlichte er Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit mit dem ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle. 2017 Postwachstumspolitiken, Wege zur postwachstumsunabhängigen Gesellschaft. Er ist außerdem Boardmember von Unconditional Basic Income Europe. Bitte aufs Podium. Unsere dritte Panelistin und hier haben wir auch glücklicherweise eine Frau mit am Panel, ist die Elisabeth Dreher. Dr. Elisabeth Dreher studierte Volkswirtschaftslehre an der JKU Linz und promovierte 1995 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Sie absolvierte einen postgradualen Lehrgang in Business Administration mit Schwerpunkt Banking and Finance an der Donau-Universität Krems und der University of British Columbia. Nach ihrer Zeit als Universitätsassistentin forscht sie im Forschungsinstitut für Bankwesen an der Universität Linz, wo sie zahlreiche Studien mit Prof. Dr. Dr. Friedrich Schneider verfasste. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Machbarkeit und den potenziellen Vorteilen des bedingungslosen Grundeinkommens. Nun würde ich Helmut Pape bitten, den ersten Vortrag einzuleiten. So, ich möchte vorausschicken, ich bin am Ende einer Bronchitis und vielleicht wird meine Stimme versagen während dieser längeren Strecke, die ich euch vorlesen möchte, weil ich mir gedacht habe, versuchst doch mal mit Storytelling. Also ein Versuch, erfolgreich zu scheitern, eine Steuervision in Form von Storytelling näher zu bringen. Der Titel ist, guter Rat ist günstig und benutzt das Stilmittel der Retropie. Ich möchte euch also einen Rückblick geben, wenn ich 80 Jahre alt geworden sein werde. Etwa im Jahr 1800 begannen wir Menschen damit, Kohle, Öl und Erdgas zu verbrennen. Die daraus gewonnene Energie verursachte Wohlstand, Mobilität und Wachstum. In 200 Jahren verachtfachte sich die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden. Unser Energiehunger stieg schneller, als die Erde sich erholen konnte. Wir rodeten ganze Landstriche, gruben nach Kohle, verschmutzten Gewässer, verbrannten die Luft und töteten Milliarden Tiere. Es kam die Zeit von Stürmen, Dürren und Artensterben. Der Klimawandel ereilte uns. Die Zeit, die uns für einen sanften Wandel blieb, verging schneller als gedacht. Die Idee, Energie ohne Verbrennung zu gewinnen, kam viel zu spät, um große Naturkatastrophen zu vermeiden. Jetzt brannten im Sommer die Wälder. Jeden Sommer. 100-jähriges Hochwasser kam nun alle paar Jahre. Wir erkannten sehr spät, dass wir in die falsche Richtung liefen und riefen 2015 beim Klimagipfel in Paris gemeinsam, Stopp! Wir wollten keine Abgase, Abwässer und Abfälle mehr erzeugen. Die Natur als Vorbild. Kreislaufwirtschaft. Nichts ist Müll, alles Rohstoff. Doch dafür mussten wir erst unser Wirtschaftssystem umstellen. Erste Staaten erhoben in den 2020ern Steuern auf die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden. Saubere Energie aus Sonne, Wind und Wasser wurde dadurch noch nicht billiger. Aber dreckige Energie aus Öl, Kohle und Erdgas teurer. Wenige mächtige Vertreter der alten Energien wollten für die Verschmutzung nicht extra zahlen. Der Verlust ganzer Wirtschaftszweige durch steigende Kosten im eigenen Land wurde prognostiziert. Die Industrie drohte offen mit der Verlagerung der dreckigen Produktion in jene Staaten, die ihre Natur noch immer kostenfrei vermüllen ließen. Denn wir hatten zu dieser Zeit noch Nationalstaaten, die gegeneinander im Steuerwettbewerb standen. Und Arbeitsplätze waren das ultimative Argument, um Umweltzerstörung weiter zuzulassen. Wir fühlten uns vom Arbeitsplatz, ergo Einkommensverlust, stärker bedroht als von einer unbewohnbaren Umwelt. Wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass ihr Geld nicht essen könnt, prophezeiten die Cree-Indianer lange vor dem Klimawandel. Wie Abhängige starrten wir auf das Geld und konnten uns nicht auf einfachere, bessere Lösungen einigen. Alle hatten Angst, Geld zu verlieren. Es gelang schließlich der weltweiten Klimaschutzbewegung, einige wichtige Erkenntnisse zu kollektiver Akzeptanz zu bringen. Es bedeutete, das Streben nach Geld mit dem Streben nach Umweltschutz zusammenzubringen. Die fünf großen Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis war, Arbeit ist unbezahlbar. Geld ist kein Ergebnis von, sondern Voraussetzung für Arbeit. Niemand außer uns braucht Geld. Wir zahlen ja nicht den Fisch, wir zahlen den Fischer. Alle Menschen brauchen ein Einkommen, um in einer arbeitsteiligen Welt für sich etwas kaufen und für andere etwas tun zu können. So entsteht Wohlstand. Lange glaubten wir, Geld mache faul. Doch das Gegenteil traf viel öfter zu. Menschen Geld zu geben, zwingt sie nicht länger jede Arbeit, sondern Verantwortung zu übernehmen. Das war Erkenntnis Nummer eins. Zweitens wurde erkannt, dass intakte Natur einen höheren Preis braucht als zerstörte Natur. Aus Erkenntnis eins wussten wir, Preise sind Einkommen von Menschen. Die Menschen, lebendige Natur und Ressourcen brauchten also dringend Preise, um Menschen bezahlen zu können, sorgsam mit ihnen umzugehen. Da die Natur sich selbst nicht bepreist, sondern verschenkt, erhoben Nationalstaaten einerseits hohe Steuern auf Abgase, Abwässer und Abfälle und zahlten für die Säuberung von Luft, Wasser und Böden. Das war Erkenntnis Nummer zwei. Die dritte Erkenntnis betraf Steuern auf Unternehmen. Firmen in Europa hatten im globalen Wettbewerb ein Personalkostenproblem. Über Jahre sind die Steuern auf Arbeit immer mehr angestiegen. Firmen kannten die Faustregel, Nettolohn mal zwei war der Personalaufwand. Alle Steuern, egal ob auf menschliche Arbeit oder auf den Umsatz an der Kasse erhoben, werden in die Preise weiterverrechnet. Dass Unternehmen also niemals Steuern zahlen, sondern sie nur einheben. Das war die Erkenntnis Nummer drei. Die vierte Erkenntnis folgte aus der dritten. Denn damals waren Menschen in Produktion und Dienstleistung viel teurer als Maschinen. Viele Menschen wurden, sobald die Technik soweit war, freigestellt. Banken oder Handelshäuser machten, die vor der Erfindung des Internets Milliarden Umsätze mit hunderttausenden Beschäftigten machten, erzielten wenige Jahrzehnte später denselben Umsatz mit nur 5000 Beschäftigten. Das waren 95 Prozent weniger Personal für den gleichen Umsatz oder, schöner formuliert, eine 20-fach erhöhte Produktivität pro Mitarbeiterin. Maschinen konnten immer mehr Menschen ersetzen und kosteten damals keinerlei Steuern. Kleine Firmen konnten oder wollten nicht so stark automatisieren. Tätigkeiten wie Montagen, Reparaturen, Renovierungen, Gesundheits-, Kinder- und Altenbetreuung mussten weiter teure Menschen beschäftigen. Sozial und ökologisch führte das zu einer Katastrophe. Neuware aus Übersee war dank Zollhandelsfreikommen billiger als die Reparatur hier vor Ort. Durch günstigen Transport wurden Produkte weltweit importiert. Es war üblich, ein Elektrogerät, Möbel oder Kleidungsstück wegen kleiner Defekte wegzuwerfen und neu zu kaufen. Wir packten begeistert unsere Billig-Importware aus Unmengen Plastik aus und manche machten sogar Videos davon. Die Neuware hielt bis kurz nach der Garantiefrist und war kaum reparierbar. So kauften wir erneut Millionen Male Müll- und Arbeitsplatzverlust und bestellten andernorts Ausbeutung und Umweltzerstörung. Maschinenarbeit und Importe in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen, war Erkenntnis Nummer vier. Die fünfte Erkenntnis betraf Vermögensungleichheit bzw. dass Freiheit eine begrenzte Ressource ist. Es war offensichtlich, dass Reiche Freiheit voll ausnutzen konnten, während alle anderen Freiheitsentzug hatten. Doch die Reichen zahlten erst dann Vermögensteuern, als die Klimabewegung kurz davor war, Zwangsenteignungen durchzusetzen. Vermögen und Lebenschancen gleicher zu verteilen, war die fünfte Erkenntnis. Es galt nun, diese Erkenntnisse zu verknüpfen. Es herrschte die schreckliche Zeit der sozialen Medien, in der alle ihre Meinung posteten, ohne zu diskutieren. Öffentliche Medien, deren Aufgabe es gewesen wäre, Dinge gut zu erklären und zu vermitteln, hatten selbst kaum noch teure Mitarbeiter und ständig um Förderungen zu kämpfen. Gratis-Medien beschäftigten statt Menschen Algorithmen und erregten uns damit, Schuldige für den schlechten Zustand des Landes zu suchen. Um Zusammenhänge zu analysieren, fehlte es den meisten von uns an Geduld, Selbstvertrauen und Zeit, sprich Geld. Diese dunklen Jahre des Misstrauens und der Shitstorms endeten schließlich durch die Bereitschaft der Bevölkerung, die Themen selbst zu entscheiden. Der Weg war frei für ausgeloste, repräsentative Räte. Wir begannen 2022 damit, den ersten professionell organisierten Klimarat durchzuführen. Von Angesicht zu Angesicht, mit Aufwandsentschädigung, top moderiert. In Sicherheit und Vertrauen konnte eine Hundertschaft an Bürgerinnen konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten. Die Politik sah, dass mutige und ausgewogene Vorschläge aus dem Rat kamen. Der Erfolg blieb nicht aus. Der nächste Bürgerinnenrat sollte eine ökologische Steuerreform entwerfen, eine ökosoziale Steuerreform. Ein Beirat mit Profis aus Justiz, Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur half, das Konzept zu einem Gesetzesentwurf, der wirklich radikal, aber ausgewogen war, zu verdichten. Draußen glühte uns der heißeste Sommer seit Aufzeichnungen das Hirn weg. Ich kann mich noch an den Kern des Entwurfes erinnern. Jeder Mensch bekommt in dem Land, in dem er lebt, eine allgemeine Steuergutschrift ohne Antrag, ohne Voraussetzungen, von der man leben konnte. Kinder auch, aber weniger. Für mich als Single in der Stadt war das wenig, aber für kinderreiche Familien am Land bedeutete das ein gutes Leben. Zweitens, sämtliche Steuern wurden in einer großen Steuer auf den Konsum als umsatzbezogene Steuer zusammengefasst. Diese Steuer verteuerte die Preise nicht, da ja schon bisher sämtliche Steuern in den Preisen verrechnet worden waren. Der Vorteil war, dass Einkommen steuerfrei wurde. Maschinen, Menschen und Importe wurden nun erstmals gleich besteuert, nämlich beim Verkaufsumsatz. Die Rechnung an der Kasse konnte die Steuererklärung ersetzen. Genial. Diese Konsumsteuer, wie sie genannt wurde, wurde nach ökologischen Kriterien gestaffelt. Grundnahrungsmittel und Wohnraum wurden günstig, fossile Energie besonders teuer, um Investitionen in die Energiewende zu beschleunigen. Benzin kostete zuletzt 15 Euro den Liter. Also das Benzin selbst kostete fast nichts aufgrund der gefallenen Nachfrage, aber die Konsumsteuer auf Mineralöl betrug am Ende der Energiewende 5000 Prozent. Die Tankstellen bauten Benzintapfsäulen ab, um die Renaturierungsprämie zu kassieren. Das letzte Element des Entwurfs war eine stark steigende Vermögenssteuer, welche die Menschen jedes Jahr selbst berechneten. Beim Verkauf von Vermögen wurde der Marktwert sichtbar und die Differenz seit dem Anschaffungsdatum entweder nachversteuert oder rückerstattet. Wer die Vermögenssteuer nicht bezahlen konnte, konnte sich vom Finanzministerium die offene Forderung ins Grundbuch eintragen lassen. Fertig. Das war alles. Im Kern hatten wir eine einzige große ökologisch ausdifferenzierte Transaktionssteuer mit zwei kleinen Ergänzungen für Exporte und Finanzgeschäfte und eine stark steigende Steuer auf Vermögen. Und sozial gestaffelt wurden diese Steuern mit einer allgemeinen Steuergutschrift, die manche auch bedingungsloses Grundeinkommen nannten. Die Klimaschutzbewegung war befriedigt. Arme Menschen fühlten sich gesehen. Wir wären sogar das erste Land ohne Armut geworden. Aber es war noch ein Entwurf. Keine einzige Partei hatte den Mut, diesen einzubringen. Es war erbärmlich. Die Bevölkerung drängte auf eine Volksabstimmung. Volksabstimmungen waren verbindlich und daher selten. Es gab in der Republik Österreich überhaupt erst zwei. Eine, um 1979 die Kernkraft nach dem Bau eines Atomkraftwerkes gegen die versammelte Politik abzulehnen. Das galt als die Geburtsstunde der Umweltbewegung und eine zweite, 1994 um der EU beizutreten. Volksabstimmungen mussten eine Ja-Nein-Frage stellen und konnten nur vom Parlament initiiert werden. Der Rest ist ja bekannt. Der Rat klagte die Regierung, eine Volksabstimmung durchzuführen. Und nur ein Jahr später durfte jede in Österreich wohnhafte Person ab 16 Jahren abstimmen, ob der Gesetzesentwurf über eine ökosoziale Steuerreform mit allgemeiner Steuergutschrift Gesetzeskraft erlangen soll. Das war's. Eine Volksabstimmung. Absolute Mehrheit dafür trat nach drei Jahren Vorbereitungszeit per Stichtag in Kraft. Man könnte sagen, wir haben über unser eigenes Überleben demokratisch abgestimmt. Ich komme zum Nachsatz. Am Tag der Einführung wurde Österreich das erste Land ohne Armut und ohne Milliardärinnen. Wir hatten Geld zur freien Ressource für alle gemacht und Konkurrenz durch Kooperation ersetzt, weil wir das konnten. Bald stellten wir wieder langlebigere Produkte vor Ort her. Wir produzierten mit günstigsten Wartungs- und Austauschversprechen. Der Ressourcenverbrauch sank bei steigender Energieerzeugung. Österreich belegte jahrelang Platz 1 sämtlicher Rankings zu Produktivitäts-, Gesundheits- und Lebenszufriedenheit. Andere Länder konnten gar nicht anders, als diese Idee zu kopieren. Vier Steuern und ein Freibetrag titelten die Medien. Dem Bürgerinnenrat als Institution wurde sogar ein Wirtschaftsnobelpreis verliehen. Pragmatisch praktisch gut war die Schlagzeile. Nun ist die weltweite Energiewende geschafft. Der erste Weltbürgerinnenrat tagt, wie wir statt Staatsbürgerinnen Erdenbürgerinnen werden können. Weit haben wir es gebracht, oder? Als nächstes würde ich Ulrich Scherfschneider ans Podium bitten. Ja, nichts gegen Optimismus und gegen konkrete Utopien, dass so eine Volksabstimmung denn auch eine Mehrheit bekommen kann. Ich fürchte, so einfach geht es doch nicht und darüber will ich ein bisschen reden. Beginnen will ich mit einem Ökosteuermodell. Das ist eine Folie von mir von 2013. Im Grunde genommen ist das in ähnlicher Form heute erfreulicherweise auch schon vorgestellt worden. Das ist das Modell einer Ökoabgabe oder von Konsumabgaben auf ökologisch problematische Konsumtionen. Und was macht man damit? Man verteilt das gleichmäßig pro Kopf zurück und dann entsteht so etwas wie ein Grundeinkommen. Natürlich erstmal ein Mini-Grundeinkommen, aber das Prinzip kann ja ausgeweitet werden, sodass auch das richtige Grundeinkommen irgendwann daraus in der vollen Höhe entstehen kann. Ich habe das 2013 betitelt mit Öko-Grundeinkommen, ökologische Steuerung und zwar in freiheitlicher, jetzt nicht FBÖ-mäßig, sondern in freiheitlicher Weise. Es wird kein Lebensstil vorgeschrieben. Man kann frei entscheiden, aber für das, was irgendwie mehr Ressourcen kostet, da muss auch was hingelegt werden. Dann kann man nicht überall irgendwie viel verbrauchen. Dann kann man sich einen spezifischen Bereich, der einem vielleicht wirklich wichtig ist, raussuchen. Also keine Vorschreibung bei Lebensstilen. Gleichzeitig ist es Umverteilung. Die Finanzmechanik muss sich, glaube ich, nicht groß erklären. Wohlhabende haben höheren Ökosteueranteil. Bei gleicher Ausschüttung sind die Nettozahler und umgedreht. Da haben wir schon zwei Vorteile. Der dritte Vorteil, steht da oben auch drauf, ist Befreiung. Vielleicht wäre das ja irgendwie der dritte bei diesem Tinder-Date oder so, über welches schon gesprochen worden ist. Und das ist keine unwichtige Geschichte. Denn ein Grundeinkommen hat eben ein unheimliches Befreiungspotenzial. Die einzelnen Argumente dafür möchte ich hier gar nicht wiederholen. Ich glaube, das ist heute gefallen. Das wissen die meisten. Es gibt mit diesem Denkmodell, diesem Steuermodell, dieser konkreten Utopie, aber gravierende Umsetzungsprobleme. Die eine Flanke ist, dass bei unheimlicher Erhöhung von Ökosteuern es Probleme gibt, dass das zu Akzeptanz führt. Da bin ich schon bei der nächsten Folie. Beim langsamen, also es gibt natürlich das Problem, dass Ökosteuer erstmal als Belastung angesehen wird. Da wird erstmal was teurer. Die Inflationsangst und die Wahrnehmung, es wird alles immer teurer. Das Leben wird für mich schwieriger. Das ist ja auch eine Basis dafür, dass wir jetzt immer mehr rechte Stimmabgaben haben. Und die positiven Effekte so einer deutlichen Ökosteuer, die werden leider erst in der Zukunft sichtbar. Der Effekt ist ja, dass ein Investment in ökologische Alternativen dann attraktiver wird, dass eher gemacht wird. Aber das ist erst Jahre später sichtbar. Also wenn man jetzt bei der Heizungsgeschichte, da kenne ich mich so ein bisschen genauer aus als Energieberater, das nur auf Ökobesteuerung von fossilen Heizungen orientiert hätte, dann wäre der Wechsel zu nicht fossilen Heizungen erst sehr viel später möglich geworden. Jetzt hat man gesehen, wir müssen das jetzt machen. 2050 wollen wir fossil free sein oder vielleicht noch früher sogar. Heizung dauert 25 Jahre Lebensdauer, also müssen wir jetzt Ordnungspolitik machen. Wir können uns nicht auf die CO2-Abgaben allein verlassen. Das wird erst sehr viel später deutlich. Das ist ein Problem. Also dass die Alternativen zu dem verteuerten fossilen Konsum durch Ökosteuer, dass sie noch gar nicht rechtzeitig da sind. Und dann gibt es diese starke Aversion gegen Ökosteuer. Zweitens wird unsere gute Idee, das sozial gerecht zu machen durch die Pro-Kopf-Rückerstattung, die wird gar nicht richtig verstanden. Das ist meine Erfahrung auch, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe. Natürlich kann ich das wissenschaftlich belegen. Die Grafik da versuchen, Leuten irgendwie darzustellen, dass sie als ärmerer Teil der Bevölkerung da der Netto-Gewinner sind und so weiter. Aber dann ist auch die Frage, ob hier irgendwie mehr zahlen, kriege ich was zurück, was bringt das Ganze denn? Und dass sie da besser dastehen als der durchschnittliche Konsument, das erklären Sie mal jemandem, der wissenschaftlich da nicht so drin ist. Da scheitern Sie in aller Regel. Also das ist das Problem mit der Ökosteuer, auch das Problem mit einer Rückzahlung von Ökosteuer. Bezeichnen wir es als Energiegeld, als Ökobonus, als Grundeinkommen, ökologisches, wie auch immer. Wir haben einerseits die Möglichkeit, diese Ökosteuer wachsen zu lassen und dadurch auch dieses Grundeinkommen langsam einzuführen, auch parallel zu bestehenden Sozialversicherungssystemen. Ich habe das immer als Vorteil verargumentiert, dass wir gerade nicht diesen disruptiven Wechsel brauchen. Dieses Ökobesteuerungssystem mit der Sharing-Back-Mechanik, das kann man parallel zu bestehendem Sozialstaat langsam einführen. Da braucht man vielleicht gar keine Volksabstimmung, den ganzen Ängsten, die dabei sind, das System auf einmal komplett zu ändern. Aber das ist gleichzeitig ein Problem, weil die Befreiungseffekte von dem Grundeinkommen, die ja für einen kulturellen Wandel, der sozialökologische Wandel besteht aus einem kulturellen Wandel des Lebensstils auf jeden Fall. Wir werden das nicht alles technisch alleine managen können. Diese Befreiungseffekte, die dafür notwendig sind, die werden nicht sichtbar, wenn wir mit kleinen Grundeinkommensmengen anfangen. Die werden nicht spürbar. Die helfen Leute auch nicht bei der Bewältigung aktueller Lebensprobleme. Sie haben aktuelle Existenzangst, weil Industrien wegfallen. Sie haben vielleicht auch eine schlechte Work-Life-Balance. Sie können nichts mit Ihren Kindern machen oder vielleicht sonstige Dinge, die Sie gern tun, nicht tun. Sie haben das Gefühl, dass Sie an der ganzen sozialökologischen Transformation nicht ausreichend beteiligt werden, dass Ihr Wissen, Ihre Kulturen nichts mehr gelten. Daraus speisen sich enorme Widerstände. Es ist ja nicht so, dass einfach nur Politikerinnen aufgeklärt werden müssen, nun macht doch jetzt mal das, was wir Wissenschaft ihnen sagen, sondern Sie sind ja mit Widerständen in vielen, immer mehr leider, Sozialmilieus, das sehen wir an den Stimmabgaben der Rechten, konfrontiert. Da können Sie nicht einfach was machen. Und wir wissen, okay, das wäre anders mit Grundeinkommen, weil da Befreiungseffekte da sind, die Leute sich besser in die Gesellschaft gestellt sehen, gleichberechtigt fühlen, experimentieren können mit anderen Lebensstilen, weniger Existenzangst haben und, und, und. Also diese ganzen Befreiungseffekte, die werden erst deutlich bei einem vollen Grundeinkommen. So, also da ist irgendwie ein großes Problem. Und solche Konzepte, und damit schließe ich mich selber auch ein, wie so ein Öko-Grundeinkommen, das sind, man muss es sagen, das sind erst mal nur Kopfgeburten von uns. Da gibt es auch jenseits von Versammlungen wie dieser hier, gibt es aus verständlichem Grund, ich habe das eben versucht deutlich zu machen, keine große Bewegung dafür. Und der Grund, ja, liegt daran, dass es nicht an den bestehenden, die Leute bedrängenden, lebenswertlichen Problemen anknüpft, sondern dass es irgendwie eine entferne Zukunft ist. Also versteht mich da nicht falsch. Ich verstehe mich als konkreter Utokist und bin natürlich sehr offen für solche anderen Modelle, auch anderen Steuermodelle, aber wir müssen irgendwie daraus kommen, dass wir nur solche Modelle diskutieren. Vielen Dank. Nun unsere letzte Penalistin, Elisabeth Dreher. Ja, da habe ich ja jetzt die beste Chance, etwas Neues zu erzählen. Wir sollen aus den Modellen herauskommen und jetzt kommt wieder Wahlenes. Die Sache ist halt die Geschichte mit den Grundeinkommen. Also diese Studie verdanke ich ja quasi Freebis, dem Freiburg Institute of Basic Income Studies, das wir mit Florian Wackholbinger und Professor Schneider tatsächlich auch Mittel bekommen haben, hier genauer in gewisse Thematiken reinzugehen. Und ich habe natürlich auch in dieser Grundeinkommensdiskussion zwei Kernfragen immer wieder mitgenommen aus dem Publikum, die jetzt nicht per se schon Befürworter waren. Und da war die eine immer, ja, wer wird da noch arbeiten? Sie wissen, wir haben heute schon darüber diskutiert. Da hat zum Beispiel auch Dr. Florian Wackholbinger hier Untersuchungen gemacht. Und die andere Frage ist natürlich immer das Bezahlen. Und wir haben jetzt hier die Steuerfrage, wir haben sie heute vorher auch schon diskutiert. Und diese Steuerfrage ist ja immer, oder diese Finanzierungsfrage ist immer im Status quo auch diskutiert, in den Konzepten, wenn sie überhaupt angesprochen wird. Also die positiven Effekte mit Grundeinkommen, die kann man ja schnell nachvollziehen und die waren in den Konzepten auch sehr gut erläutert. Aber wie das Ganze dann in ein System umgewandelt werden kann, das auch nachhaltig, dauerhaft finanzierbar sein kann, dass auch nicht nur eine Legislaturperiode möglich ist, dass inflationsindexiert ist, also quasi, dass auch die Kaufkraft eines Grundeinkommens erhalten wird. Das muss man natürlich alles mit überlegen, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn wir hier eine einfache, kurzfristige Lösung für ein Einkommen in der kurzen Frist zu quasi diskutieren. Also, und da bin ich jetzt eigentlich eher per Zufall auf diesen Begriff Mikrosteuer gekommen. Und Sie sehen, das ist in meiner Überschrift drinnen, Grundeinkommen und Mikrosteuer, Utopie oder Option für den Sozialstaat. Hier können wir aber auch jetzt natürlich noch zusätzlich die Klimainvestitionen oder auch den Klimaschutz mit hineindenken. Der Begriff Mikrosteuer ist jetzt von mir entlehnt von der Initiative aus der Schweiz. Da bin ich das erste Mal draufgekommen, dass es quasi diesen Gedanken gibt, hier etwas anderes zu besteuern, als bis jetzt immer besprochen wird. Und der Begriff Mikrosteuer hat mich aber angesprochen, weil er ist leicht verständlich. Mikro bedeutet ja sehr klein. Also ich werde Ihnen gleich zeigen, es geht hier um eine sehr kleine Steuer. Die Grundidee ist auch von anderen Professoren schon aufgenommen worden, von amerikanischen Professoren. Dort hieß sie Automated Payment Tax oder Flat Rate Financial Transaction Tax. Sie hören schon aus den Begriffen, es geht hier um den Zahlungsverkehr. Es geht hier um den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Und das wäre jetzt aufgrund der Dimension, die hier stattfindet und zwar täglich, eine sehr große Steuerbemessungsgrundlage. Und folglich könnte natürlich dann das Steuersatz Mikro sein. Und das ist eben, finde ich, ein eingängiger Begriff, sodass wir hier tatsächlich auch eine alternative Basis finden könnten, wo wir andere Notwendigkeiten hier in diesem finanziellen Kontext diskutieren können. Wie das genauer ausgestattet wird, das ist ja dann wieder eine andere Frage. Aber hier, das wollte ich jetzt einmal genauer anschauen. Das heißt, was ist jetzt Mikrosteuer? Letztendlich ist es eine Steuer auf bargeldlose Transaktionen. Diese Steuer auf bargeldlose Transaktionen ist aber weitaus größer als die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Die Finanztransaktionssteuer wurde auch im EU-Rahmen breit diskutiert und dann fallen lassen. Manche Länder haben ein bisschen was, andere nicht. Die Finanztransaktionssteuer betrifft nur quasi Kauf und Verkauf von Aktien, von Anleihen, von Derivaten, je nachdem, wie breit man es diskutiert. Und damit betrifft es quasi nur einen bestimmten Teil des Finanzbereichs. Die Mikrosteuer würde aber eine breite Basis bieten. Das heißt, es geht hier um sehr viel mehr. Um was geht es? Und weil sie eben so um so viel mehr geht, ist die Steuerbasis, kann sie sehr gering sein. Also in den vorliegenden Studien war es immer so ein Range von einem Promille des Umsatzes bis einem Prozent, also in dieser größten Ordnung. Und ein Promille ist ein Tausendstel des Betrags und ein Prozent ist eben ein Hundertstel des Betrags. Also Sie sehen, auch wenn ich 1000 Euro hier zum Beispiel jetzt überweisen würde, dann wäre es beim einem Promille 1 Euro, der an Steuer anfallen würde und bei einem Prozent natürlich 10 Euro. Also von dem her muss man sich das gleich einmal so vorstellen. Und jetzt muss man natürlich sagen, es soll jetzt keine Steuer oben drauf sein. Das ist ja dann das Wichtige. Aber auf das kommen wir noch zu sprechen. Bevor ich das noch sage, ist, es geht ja hier darum, welche Transaktionen. Natürlich sind private Transaktionen gemeint, private, aber auch natürlich der sogenannte Interbankenbereich, der Bereich, der jetzt ja eigentlich hier vollkommen steuerfrei ist. Im privaten Bereich sind es natürlich alle Zahlungstransaktionen, von der Bargeldbehebung am Bankomaten bis aber auch Überweisungen, Lastschriften, Konto, also elektronische Geldbörsen und so weiter. Das klingt jetzt nicht unerfreulich, weil es ja jeden von uns trifft, aber aufgrund der Kleinheit des Steuersatzes könnte es sein, dass die Menschen es akzeptieren könnten und sagen, für das, dass ich damit Folgendes finanziere, wäre es eine Option. Und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, hier diese breite Steuerbasis als Finanzierungsoption heranzuziehen. Und wenn man natürlich noch die Banktransaktionen mit berücksichtigen würde, dann kommen wir schon in sehr große Größenordnungen. Das wären zum einen einmal die Target-Bezahlungen. Das ist im Hinterbankengeldbereich erstens einmal für Bezahlungen, Großbetragsüberbezahlungen von Waren und Dienstleistungen, aber auch Liquiditätsbeschaffung von Banken. Aber natürlich auch, wie hier schon steht, geldpolitische Geschäfte. Da hätte ich aber natürlich gesagt, das werden wir wohl nicht besteuern, weil da geht es darum, welche Geldpolitik die Zentralbank implementieren will. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn, dass wir das jetzt mit einer Steuer belegen. Aber Devisenumsätze, warum nicht? Devisenhandel hat riesige Volumina, das kann ich Ihnen nachher kurz zeigen. Das kann aus Spekulationsgründen verwendet werden, aber natürlich auch Firmen brauchen, die in andere Währungen und so weiter, wäre im Prinzip eine besteuerbare Möglichkeit. Zinsderivate werden sehr wohl zum Hedging, also zur Absicherung von Zinsrisiken verwendet, aber natürlich auch zu Spekulationszwecken, zu dem Ausnutzen von sozusagen Zinsdifferenzen und so weiter. Für diese drei Komponenten aus dem Bankengeschäft gibt es auch Zahlen. Die und die habe ich jetzt auf der nächsten Folie mal zusammengefasst, nur um die Größenordnungen zu verdeutlichen. Und diese Größenordnungen, hier ist derselbe Maßstab verwendet für Österreich und Deutschland. Man sieht hier natürlich, dass Deutschland aufgrund seines Finanzmarktes in Frankfurt ganz andere Dimensionen hat. Es ist bei uns ja auch sonst noch natürlich zehnmal größer als Österreich in der Dimension. Aber zuerst einmal, wenn ich das zusammenzähle, für Österreich, aus den vorhandenen Statistiken, also das sind ja lauter offizielle Statistiken, die ich hier verwendet habe, kommen wir zu einem Jahresvolumen von 17,9 Billionen Euro. Und wenn ich von Billionen spreche, ist das für einen Österreicher viel, weil wir haben ja einen BIP von 470 Milliarden Euro. Also das ist natürlich eine sehr große Summe. Und wenn ich hier jetzt eine Mikrosteuer von einer, von einem Promille nur ansetze, hätten wir immerhin schon 17,9 Milliarden. Das klingt für eine österreichische Steuergeschichte schon sehr interessant. Und bei einem Prozent bin ich bei 179 Milliarden. Wenn ich diese Komponenten, die ich vorgezählt habe, besteuern würde, eben mit diesen Sätzen. Also es soll eine Range aufzählen. Und die Steuereinnahmen waren an 2023 bei 132,4 Milliarden. Also hier zeichnet sich schon ein Spielraum ab. Und für Deutschland habe ich die Zahlen eruiert, das sind eben 405 Billionen Euro. Natürlich ist das ein großer Finanzplatz in Frankfurt. Und da spielt sich natürlich auch viel ab. Und da wäre aber natürlich, wenn wir diese Zahlen verwenden könnten, dann wäre ein Promille 405 Milliarden Euro und ein Prozent wären vier Billionen. Und von daher sind die Steuereinnahmen, also wenn Sie jetzt das vergleichen mit den Steuereinnahmen 2023 mit 915 Milliarden, sieht man, dass ein Finanzspielraum hier möglich wäre. Jetzt, dass man das einmal im Hinterkopf hat, dass es hier etwas gäbe, was bis jetzt ja nicht besteuert wird. Es ist eine Art Umsatzsteuer zu sehen, also folglich auch eine Art Verbrauchsteuer, eine Transaktionssteuer, aber auf sehr viele Bereiche dieses bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Und wenn wir jetzt das zum BGE überführen, dann ist das natürlich jetzt, wenn man das jetzt ausrechnet, ein BGE für Österreich, ein BGE für Deutschland und jetzt habe ich hier eine reine Bruttorechnung, nur dass man die Größenordnungen hier zum Vergleichen hat. Wenn wir jetzt diese 1250 Euro pro Monat für einen Erwachsenen und die Hälfte für Kinder auf Österreich umrechnet, dann hätten wir ohne Gegenrechnung von Sozialleistungen, die wir vielleicht dann nicht mehr auszahlen müssten, wie zum Beispiel die Familienbeihilfe oder bei uns die Ausgleichszulage für Pensionen. Die werden ja dann mit dem BGE sozusagen bezahlt. Und da hätten wir ein Volumen von 125 Milliarden Euro als BGE Bruttokosten, also insgesamt ohne Abzüge und für Deutschland über knapp einer Billion Euro, wenn man das einfach so jetzt mal mit der Bevölkerung jetzt einmal gegenrechnet. Und folglich, sehen Sie ja, wenn Sie sich an die Zahlen von vorher noch erinnern können, ja in dieser Orange, da könnten wir natürlich mit der Mikrosteuer schon mitspielen, einfach aufgrund der Größenordnung. Wir müssten halt die Stärke in die Richtung der 1% Steuer gehen, weil Sie sehen da zum Beispiel die Mikrosteuer von 1 Promille wäre für das Volumen zu gering, wir haben für Österreich 17,9 Milliarden, aber mit 1% wären wir bei 179 Milliarden und hätten damit sogar noch einen zusätzlichen Finanzierungsspielraum für andere Sachen und wie gesagt, das ist ja schon, das ist ja das Brutto-Grundeinkommen, das ich hier einfach nur verwendet habe, um von der Größenordnung etwas zu sagen. Und aus diesem Grund ist mir diese Steuer interessant erschienen, weil sie ja jetzt nicht angedacht wird und sicher jetzt auch nicht gleich auf die volle Akzeptanz von allen führen würde. Aber man muss jetzt sehen, die Vorteile wären die, es ist eine relativ einfache Steuer, sie hat eine breite Basis, sie wäre einfach einzuführen, weil die automatisierten Zahlungstransaktionen, da braucht man ja nur eine kleine Programmierung dazu, dass hier dieser Betrag sozusagen zusätzlich eingehoben wird. Deswegen, es wäre hier kein riesiger Aufwand, aber die Banken müssten natürlich eine Art Kompensation für den Aufwand und für die Überweisung an die Finanzämter bekommen. Das müsste natürlich schon gewährleistet sein. Die Einnahmen für den Staat entstehen sofort mit der Transaktion und nicht erst ex post, wie bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel, dass sie im Nachhinein sozusagen dann abgeliefert wird und hier natürlich sehr viel mehr Tricksereien möglich sind. Sie wissen, die Mehrwertsteuer, Schwarzarbeiter und so weiter, also es gibt hier die Mehrwertsteuer Tricksmöglichkeiten auch im geschäftlichen Bereich sind ja nicht zu wenig. Das würde damit wegfallen und damit ist die Mikrosteuer ja quasi eine Konsumsteuer, von der wir heute ja schon mehrfach gehört haben. Es geht ja darum, dass ich Geld transferiere, weil ich etwas mache. Ich bezahle etwas, ich kaufe etwas und so weiter. Folglich sind natürlich auch Reiche stärker betroffen als Erbenerei, weil Reiche haben höhere Transaktionen und Überweisungen als Menschen mit weniger Einkommen. Also alleine aus diesem Grund wäre es schon interessant auch da noch weiter zu denken. Damit werden eben nicht Personen oder Unternehmen oder die Arbeit oder Produkte oder das Verhalten besteuert, sondern eben der Zahlungsverkehr. Der Zahlungsverkehr, der jetzt eben nicht besteuert wird. Aus meiner Sicht wäre es eine halbwegs gerechte Steuer und würde die Steuerhinterziehung deutlich erschweren. Einfach, weil es ein automatisierter Prozess ist, wie die Steuer abgezogen wird. Und damit eine Alternative zur Finanzierung des Sozialstaats. Man muss sie halt mal überlegen. Deswegen aus Zukunftsperspektive hätte ich eben vorgeschlagen, man muss jetzt die Steuerbemessungsgrundlage im Detail genauer noch anschauen. Wie sind die geldpolitischen Transaktionen? Wie sind die Umfänge? Was müsste man da rausrechnen? Was könnte man tatsächlich vielleicht sogar etwas höher besteuern? Was weniger? Das alles, was wir heute besprochen haben, das könnten natürlich in Richtung Klima andere Steuersätze sein, aber das ist schon dann wirklich eine Detailfrage. Aber vom Volumen her wäre ein großes Volumen möglich. Und aus meiner Sicht wäre es innovativ und eigentlich eine halbwegs realistische Option, zumindest in der Möglichkeit der Umsetzung zur Finanzierung eines BGE ist. Und damit hat es ein hohes Potenzial für strukturelle Reformen des Sozialstaats. Meiner Meinung noch. Danke. Ja, das waren jetzt schon sehr spannende Einblicke und auch unterschiedliche Modelle, finde ich und fand ich auch in der Pressekonferenz schon spannend, dass es nicht den Ansatz gibt, also vielleicht hält jemand sein Modell für am besten, aber es gibt scheinbar unterschiedliche Zugänge, wie man mit Steuernverhalten steuern kann, beziehungsweise Finanzierung gewährleisten kann für ein BGE und da wollte ich jetzt noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht aufeinander einzugehen. Also es sind ja doch andere Konzepte, sind die irgendwie verbindbar? Es ist nicht mein Fachbereich, muss ich dazu sagen. Naja, vielleicht macht es Sinn, zunächst einmal einen Schritt zurückzumachen auf das große Bild, dass wir mit Steuern ja eigentlich ein gesellschaftliches Teilungsverfahren durchführen. Das heißt, es geht immer darum, dass zwischen dem, was dem Individuum, das jetzt die Leistung erbringt oder die Ware kauft, oder Verzeihung, die Ware verkauft, dass es da ein Einkommen braucht und es braucht aber auch ein Einkommen für den Staat als Treuhänder für alle, die quasi die Rahmenbedingungen herstellen, weil was macht der Staat mit den Steuern? Er organisiert Gesundheitsversorgung, Bildungsangebote, Sicherheit, Kulturpolitik, Förderungen, also die verschiedensten Dinge, die eigentlich einen Staat ausmachen, ein Sozialsystem, all das ist ja das, was wir mit Steuern gewissermaßen beauftragen. So. Und jetzt gibt es sozusagen die nächste Frage, okay, was kann man denn überhaupt besteuern? Und da waren für mich einige Gespräche mit Steuerberatern, also mit Leuten aus der Praxis, sehr erhellend, weil die gesagt haben, wir haben zwar in Österreich 147 verschiedene Steuern und noch, was weiß ich, wie viele Abgaben und Gebühren und die auch noch in verschiedenen Steuern setzen, aber man kann alles auf drei Kategorien vereinfachen. Man kann im Grunde nur besteuern das, was man einnimmt, also alle Arten von Einkommen oder man kann besteuern, was man ausgibt, also alle Arten von Umsatz oder Konsum und man kann besteuern, was man hat. Also vermögensbezogene besteuern. Ich könnte den Test machen, egal welche Steuer Sie mir nennen, ich kann Sie einer dieser drei Kategorien zuordnen. Wenn man das mal klar hat, wird es schon viel übersichtlicher. Und dann muss man auch die dritte Geschichte sozusagen sich wieder vor Augen holen, dass wir uns die Steuern immer selber bezahlen. Also die volkswirtschaftlichen Kosten und der volkswirtschaftliche Nutzen eines Grundeinkommens ist immer null. Wir zahlen es uns aus und wir besteuern es von uns weg. Die eigentliche Frage ist also keine Finanzierungsfrage, sondern eine Verteilungsfrage. Wen in dieser Gesellschaft trifft es wie stark? Und da kann man sich jetzt wieder auf diesen Punkt zurückziehen mit Steuern. Steuern, das ist eine politische Diskussion. Wem geben wir wie viel und wer muss wie viel beitragen? Das vielleicht, um die Flughöhe zu erhöhen. Einmal eher eine Frage. Also das sind ja enorme Summen, die durch diese Mikro-Steuer da kommen. Das ist ja fast so hoch wie das BIP, wenn man damit ein Prozent besteuert. Da taucht natürlich die Frage auf, wie die Steuerbasis dadurch verringert würde, wenn das wirklich so stark besteuert würde. Da würden ja Transaktionen, vor allem die mit den hohen Summen enorm zurückgehen. Das ist das eine. Das andere ist das, worüber ich generell gesprochen habe. Die Frage, warum sollen Menschen denn für diese Ökosteuer oder diese Mikrosteuer überhaupt sein? Welches aktuelle lebenswertliche Problem von Ihnen, was Sie drängt, wird denn da adressiert? Wir reden ja hier vom Grundeinkommen, aber wenn Sie das sagen, große Transaktionen werden jetzt nicht mehr durchgeführt. Wenn Sie einen großen Betrag in kleine Beträge aufteilen, kommt im Endeffekt dasselbe heraus. Also die Einnahmen würden sich da ja dann nicht verringern. Folglich wäre das jetzt keine Ausweichmöglichkeit. Und das wäre eine Möglichkeit tatsächlich, wenn wir jetzt Klimawandel reden, wenn wir da brauchen wir immense Investitionen, wenn wir Grundeinkommen reden, auch das sind keine kleinen Zahlen, die hier sind. Da wäre natürlich hier eine Basis, die leicht adressierbar ist und leicht und einfach umsetzbar und auch vom Handling, also quasi von den Kosten, die entstehen, um diese Steuer einzuheben, äußerst minimal sein könnten, wäre es tatsächlich ein großer Vorteil. Weil ich möchte zu den Ökosteuern sagen, ja an und für sich sind ja Ökosteuern dazu da, Verhalten zu verändern. Und der Sinn von Ökosteuern ist ja normalerweise genau das, dass die Einkommensgenerierung über Ökosteuern ja gegen Null tendieren soll, weil ja das Verhalten geändert werden soll. Folglich ist denn für mich Ökosteuern keine langfristige Finanzierungsbasis für ein Grundeinkommen, das ja auf Dauer ausgezahlt werden muss. Und deswegen brauchen wir eine Finanzierungsbasis für so eine Idee, die wirklich nachhaltig ist und wir werden natürlich auch nachhaltig weiter Transaktionen machen, wir werden was einkaufen gehen, wir werden unsere Überweisungen machen und das wird im Unternehmerischen sein wie im privaten Bereich und natürlich, wenn wir noch den Bankenbereich dazunehmen können, dann steckt natürlich die Möglichkeit der finanziellen Basis, die wir da angreifen könnten. Eine Reform. Können Sie da gerade noch ergänzen an der Stelle? Ja per Sie. Nein, aber das ist genau der Punkt, das kam heute schon mehrmals. Also wenn ein Grundeinkommen aus Umweltzerstörung finanziert werden soll, dann will ich dieses Grundeinkommen nicht. Mir hat das einer mal, weil ich ihm erklärt habe auf die Frage, gibt es das schon irgendwo, ja in Alaska gibt es ein Grundeinkommen, wirklich bedingungslos für alle, aber halt nicht hoch genug und aus den Einnahmen des Ausbeutens von Ölvorräten gewonnen. Nein, das will ich nicht. Und dann habe ich eigentlich diesem Argument nachgegeben und ich würde sagen, mein momentaner Stand des Irrtums ist auch der, wir sollten zwar mit Steuern steuern, aber wir dürfen etwas so Kostbares, worauf wir unsere ganzen Biografien aufbauen wollen, wie einen Sockel, den wir Grundeinkommen nennen oder allgemeinen Steuerfreibetrag, sollten wir nicht aus Steuern schöpfen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Also mein Freund Enno Schmidt, der heute noch kommt, der hat das mal so schön auf die Pointe gebracht, mit Steuern legitimiert man ein Verhalten. Wenn du etwas besteuerst, sagst du, es ist in Ordnung. Ich gebe euch ein radikales Beispiel. Morde sollte man nicht besteuern. Man will aus diesem Titel keine Steuern haben. Also Verhalten, das man nicht möchte, muss man verbieten und Verhalten, das man eigentlich legitimiert, muss man besteuern. Und da kann man dann noch ein bisschen sich bewegen, so in Übergangsszenarien. Also momentan, wenn wir ja nicht von heute auf morgen aus CO2 aussteigen. Also das mit Steuern zu beaufschlagen, wäre durchaus eine Übergangsszene. Aber deswegen verwende ich das Wort Konsumsteuern, weil das hat sich in Corona gezeigt, der Konsum ist die stabilste Steuerquelle, die wir haben. Einkommen kann schnell verloren gehen. Das war die Lehre von Corona. Aber meine Rechnungen und meine Einkäufe sind trotzdem zu bezahlen. Das heißt, der Konsum wäre eine Steuerquelle, die auch wenn wir uns ökologisch transformieren, nicht wegfiele. Und deswegen haben wir es Konsumsteuer genannt und nicht Ressourcensteuer oder Spekulationssteuer, weil wir das antizipiert haben. Man soll sich nicht auf Steuern stützen, die man eigentlich nicht will. Also, was ich mich da jetzt gerade gefragt habe, die Corona-Krise wurde genannt bei einer Konsumsteuer in Zeiten von Krisen. Geht sich das aus? Also hat man dann noch die Steuereinnahmen, die nötig wären für eine Finanzierung? Ja, das war eben die Erkenntnis. Du kannst, mach einmal einen Selbstversuch, wie schnell kannst du deine Ausgaben um wie stark, um wie viel reduzieren? Ich war selber einmal leider in einer Situation, wo ich kurz davor war, pleite zu sein. Und ich habe einen Kampf geführt, wie ein Löwe, um innerhalb eines Jahres durch Umziehen, Leasing-Autos zurückgeben, Versicherungen umstellen, Abonnements kündigen, meine Fixkosten um 35 Prozent zu senken. Das war ein ziemlicher Task. Also man kann aus seinen Ausgabenstrukturen nicht so ohne weiteres aussteigen. Zu meiner Mikrosteuer, das wäre sozusagen genau das. Das wäre eine Konsumsteuer halt auf breitester Basis. breiteste Basis. Und was wäre jetzt bei der Mikrosteuer, wenn die Banken oder Unternehmen ins Ausland abwandern? Aus meiner Sicht, jede Transaktion von Geld ins Ausland wird besteuert. Also wenn ich jetzt eine Ausweichreaktion machen möchte, indem ich jetzt zum Beispiel etwas, auch eine Aktie zum Beispiel an der New York Stock Exchange kaufen möchte, dann würde ich sie trotzdem erreichen, weil die Geldüberweisung ins Ausland bezahlt, die 1 Prozent. Und wenn es wieder zurückkommt ins Inland, kommt die 1 Prozent wieder weg, wenn es jetzt bei 1 Prozent sein sollte. Also hier werden die Ausweichmöglichkeiten geringer und es würde auch nicht so wie die Finanztransaktionssteuer nur einen ganz bestimmten Bereich treffen, aber eben auch. Und das ist der Charme an dieser Idee, dass es eben auch diese Finanztransaktionen da inkludiert sind, aber eben nicht nur sie, weil das war ja die Hauptargumente, eines der Hauptargumente gegen die Finanztransaktionssteuer, weil da natürlich die Käufer und Verkäufer ins Ausland abwandern. Aber mit der Mikrosteuer, wenn die Überweisung besteuert wird, naja, dann bezahlt man halt, wenn man das Geld dorthin überweist. Die Frage wäre natürlich, wo die ökologische Steuerung bei der Mikrosteuer ist. Das ist ja völlig frei erstmal davon. Mal um die Basis sozusagen. Ja, und zur schwindenden Steuerbasis irgendwie bei Ökosteuer, ja, das Argument bleibt natürlich, dass auch jenseits von CO2 oder Morden, was man auch immer besteuert, dass es einen Ressourcenverbrauch geben wird, bei der menschlichen Ökonomie und dass der Ressourcenverbrauch einen Preisschild haben muss, damit ein Anreiz ist, das entweder ganz zu vermeiden oder technische Archennativen zu suchen oder wie auch immer. Und das wird es immer geben, auch wenn wir das CO2-Problem mit dir, bin ich da denn jetzt mal optimistisch, 2045 gelöst haben sollten. Wir sollten einmal ein bisschen diesen allgemeinen Default-Zustand, dass die Leute, wenn sie das Grundeinkommen das erste Mal hören, daran denken, naja, das wird ja über Einkommensteuer, also so eat the rich, dann werden halt höhere Einkommensteuern fällig, für die, die höhere Einkommen haben. Vielleicht sollte man das einmal dekonstruieren, warum wir hier so oft eigentlich über transaktionsbasierte Steuern nachdenken und nicht mehr über Einkommensteuern. Und da wäre mein Input oder ich bitte darum Reflexion, ob ich da einigermaßen auf der richtigen Spur bin, dass wir drei oder sagen wir vier große Megatrends haben, die die Einkommensteuer nicht mehr adäquat abbilden kann. Also das Erste habe ich in meinem Vortrag gesagt, das ist, dass wir eben, weil Maschinen und Algorithmen keinerlei Steuern und Sozialabgaben zahlen, in Firmen sehen, wie die ihre Produktivität nach oben schrauben wollen, indem sie Menschen entlassen und Algorithmen engagieren. Oder, ich meine, ich habe in einer Bank gearbeitet, man lässt die Hacke dann den Kunden machen und verkauft sie mal als Service. Geht auch. Aber Menschen raus aus der Firma und in der Bank haben wir sogar noch darüber nachgedacht, geht es auch ohne Kunden. Der zweite Punkt ist die demografische Entwicklung. Also ihr habt in Deutschland und wahrscheinlich in der Schweiz genau dieselben Probleme wie in Österreich, dass diese geburtenstarken Jahrgänge, auf deren Sozialabgaben eigentlich unser Generationenvertrag fußt, jetzt alle in die Bezugsphase kommen. Also es wird nicht gerne darüber geredet, weil damit gewinnt man keine Wahlen. Aber die Perspektive, eine einkommenssteuerbasierte Altersabsicherung zu transformieren, wird immer konnotiert mit, wir werden später in Pension gehen oder in Rente, heißt das bei euch oder wir werden höhere Beiträge zahlen und dann geringere Auszahlungen erhalten. Das ist alles überhaupt nicht sexy. Wenn man da die Besteuerungsbasis wechselt von Einkommen hin zu Konsum, ich meine als Pensionist konsumiere ich ja auch. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist die Globalisierung. Die ist ja noch nicht fertig. Also wenn in einem Land hohe Sozial- und hohe Umweltstandards eingefordert werden, aber gleichzeitig steht die Tür des Importes sperrangelweit offen. Ich meine, bei der Migration erkennen wir sofort das Argument, wir können nicht alle Menschen ungehindert ins Land lassen. Aber Produkte und Dienstleistungen ohne Zölle? Ich meine, ich habe nächste Woche in Dornbirn einen Vortrag in einer ehemaligen Textilfabrik. Die steht jetzt in Bangladesch. Das ist der Grund, was die Globalisierung gemacht hat. Wir haben billige Produkte von ganz weit weg bekommen, aber hier die Leute, die das gemacht haben, sind nicht mehr in dieser Branche tätig. Und warum? Weil wir eben auch hohe Lohnkosten, beziehungsweise das ist jetzt das, was die Wirtschaft gerne hören möchte, machen wir doch die Kosten auf Arbeit niedriger, dann können wir hier die Standorte sichern. Aber es geht nicht nur, die Steuern zu senken und dann Sozialstaatsabbau zu machen, sondern es geht darum, den Menschen ein grundsätzliches Einkommen zu geben. Dann wird Arbeit nämlich auch leichter möglich. Und das ist so die gesammelte Erkenntnis in drei Minuten, warum Einkommensteuer aus meiner Sicht keine zukünftige Steuerbasis ist. Möchten Sie da ansetzen, Herr Schaffschnell? Ja, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu radikal. Vielleicht bin ich auch irgendwie ein Reformist, nur irgendwie kein Revolutionär kann sein. Aber ich glaube, ein Grundeinkommen ist ja wirklich eine riesige Finanzierungsaufgabe. Und da brauchen wir auch verschiedene Steuerarten. Damit nämlich, wenn die eine Steuerbasis ein bisschen einbricht, die ganze Finanzierung nicht einbricht. Und es geht aber darum, da würde ich dir recht geben, dass die Anteile sich verschieben. Dass wir weniger Steuern auf Arbeit haben und mehr Steuern auf Ressourcen. Das hat sehr positive Wirkung auf Ökoproduktion, auf Ökokonsumtion und so weiter. Ja, aber nicht ganz das wegdrücken. Es muss ein Steuermix sein, aber mit einem deutlichen Gewicht auf Ressourcen steuern. Einkommensteuer zu erhöhen, um eine BGE zu finanzieren, wird natürlich keine Mehrheiten finden, weil wir leben in einem Hochsteuerland in Österreich. Also wird hier kaum ein Spielraum sein, wo Leute dann tatsächlich sagen werden, sie wollen das bezahlen. Folglich müssen wir auf andere Alternativen kommen. Es war früher schon in Diskussion die sogenannte Wertschöpfungsabgabe. Hier ist nicht nur das Einkommen, das im Wertschöpfungsprozess generiert wird, sondern auch noch die Kapitalgeneration, also in Bezug auf Investitionen. Aber das findet keine Mehrheit, weil wenn es ein Land macht, dann wäre dies sozusagen ein gewisser Nachteil, hier keine Investitionen mehr in eben arbeitssparenden technischen Fortschritt zu machen und so weiter, weil das ja dann auch besteuert werden würde. Aber prinzipiell wäre genau diese Wertschöpfung natürlich ein Ansatzpunkt gewesen. Aber im nationalen Alleingang ginge das eher schwierig. Da setzt man sich insbesondere ein doch exportorientiertes Land wie Österreich ja auch in eine schlechtere Position, während die Mikrosteuer hier da keine Effekte hätte, keine so negativen. Wir würden an der Stelle Fragen aus dem Publikum annehmen. Ich sehe schon fleißige Hände. Ich würde den Fritz vielleicht vorne rechts gleich mal auch dann dran nehmen. Ich habe eine vielleicht etwas technische Frage zu der Mikrosteuer. Wo kommt denn dieser Unterschied zwischen BIP und den Transaktionen her? Meine Vermutung ist ein bisschen, ich habe überlegt, okay, ich kriege ein Einkommen und gebe das meiste davon aus in den Konsum. Der Zeug ist ja zweimal dieses eine Prozent, zahle ich schon. Jetzt ist aber die, die mir die Produkte verkaufen, die haben wieder Vorleistungen, wo sie auch sozusagen nicht nur mir das aufschlagen, sondern selber auch schon die Transaktionssteuer bezahlt haben. Wir hatten ja früher so eine Umsatzsteuer, die auch so funktioniert hat mit kleinen Sätzen. Das haben wir obgeschafft und jetzt kann man die Vorsteuer abziehen. Also ich glaube, das hat Effekte, die sozusagen größer sind, weil sonst ist das irgendwie ein Deus ex machina. Das ist so eine Nachfrage, vielleicht denke ich da falsch und etwas übersehen. Es kann sein, dass im Bankensektor da einiges ist. Die werden auch wissen, wie sie sich zurückholen. Also so ganz, da bin ich noch nicht überzeugt. Das andere ist jetzt, dass dieser, ich verstehe einige deiner Argumente, Helmut, zur Kritik an der Einkommenssteuer und warum das so nicht mehr gehen will. Aber ein wesentlicher Vorteil der Einkommenssteuer ist, dass man sie progressiv machen kann. Jetzt hast du ganz zum Schluss gesagt, ja, dann haben wir noch die Vermögensteuer. Das ist schon mal eine gute Ansage. So was brauchen wir, weil sonst kriegen wir diese Umverteilung nicht hin. Das sind alles und auch die Transaktionssteuer, das sind alles immer proportionale Steuern. Und wir reden hier von Umverteilung. Und das Grundeinkommen ist ein Aspekt davon, aber das ist nicht nur unten, aber wie schöpfen wir es oben ab. Und ich bin da zu wenig Finanzwissenschaftler, obwohl ich meine Finanzwissenschaftler promoviert habe, ob man sozusagen jetzt die Einkommenssteuer gar nicht mehr braucht, wenn ich eine Vermögensteuer habe. Also das glaube ich, da müsste man noch mal drüber nachdenken. Als nächstes Ulrike, vorne. Ich will nur mal einen anderen Aspekt hier reinbringen, der heute noch gar nicht aufgeworfen worden ist. Ich bin unter anderem auch bei Gewerkschaftlern, die für das Grundeinkommen sind. Und unser Finanzierungsmodell ist tatsächlich so, wir wollen denen, die viel Geld haben, das abnehmen. Sprich, wir sagen, Erhöhung der Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer einführen, Ehegattensplitting und Mikrosteuer, Transaktionssteuer und ein Mix daraus. So, das ist das, was wir da bisher gefordert haben, zugegeben. Es ist noch nicht die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen, aber zumindest gibt es diese Überlegung. Und ich finde, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, weil die ArbeitnehmerInnen ja doch ein großer Anteil der Bevölkerung sind. Ich persönlich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich heute so viel zu Konsumsteuer gehört habe. Ich weiß, dass dort die anderen absolut Gegner sind. Ich weiß nicht, wie ich da in Zukunft argumentieren werde, aber zumindest wollte ich diesen ArbeitnehmerInnen-Aspekt heute noch mal einbringen. Und wir sagen eben, es muss, und das denke ich, wird auch so sein, ein Mix sein. Kombiniert, das habe ich leider vergessen, mit der CO2-Steuer. Ja. Dann nehmen wir noch eine Frage. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Hinten rechts. Jetzt kommst du dran. Ronald Blaschke, Netzwerk Grundeinkommen. Also Ulrike, du hast mir gerade aus dem Herzen gesprochen. Bei uns auf der Netzwerkseite finden sich für Deutschland berechnete Grundeinkommenskonzepte der Finanzierung. Sie gehen alle davon aus, dass es ein Mix von Finanzierung von verschiedenen Steuerarten gibt. Übrigens mit Mikroabgabe, mit Öko-2-Steuer oder CO2-Steuer, aber alle ohne Konsumsteuer. Für Deutschland rede ich jetzt. Die Konzepte, die vorliegen von Parteien, von Verbänden etc. Also mein Plädoyer ist, über einen Mix nachzudenken, mit den guten Argumenten, die Ulrike, du gebracht hast. Wenn eins mal ausfällt, schwächelt, das andere zu nehmen. Punkt eins. Und Punkt zwei zur Konsumsteuer hätte ich jetzt auch mal eine etwas flapsige Bemerkung, die da heißt, naja, als radikaler Öko könnte ich auch sagen, ich möchte aber weniger Konsum. Also wieso besteuern wir etwas, was wir eigentlich nicht haben wollen? Also das Argument hinkt ein bisschen, ist ein bisschen komplex. Ich weiß, du meinst das anders, weil es eine ökologische Produktion und Konsum sein soll. Aber das Argument ist ein bisschen schief. Mein Diskussionsbeitrag wäre schlicht und ergreifend, gucken wir doch auf verschiedene Steuerarten und schauen, was ersetzt das andere, beziehungsweise beflügelt das andere auch mit. Und wo werden Akzeptanzen erreicht? Das ist einfach so. Und da spricht es mir aus dem Herzen. Wenn ich Arbeit besteuere, habe ich bei Arbeitnehmerinnen ein Problem in bestimmten Einkommensschichten. Also muss ich darüber nachdenken, wen will ich eigentlich erreichen? Auf gut Deutsch, Zielgruppen spezifische Finanzierungsmodelle entwickeln, hieße das. Und ein Punkt noch zu dir, Ulrich. Ja, die Ökosteuer ist sehr gering, CO2-Steuer, ein partielles Grundeinkommen, das überzeugt alleine nicht. Deswegen haben wir schon bereits vor 15 Jahren mit BN diskutiert, es gibt verschiedene Einführungsschritte ins Grundeinkommen. Einmal über partielle Grundeinkommen, die dann steigen sollen, ob das stattfindet, ist eine andere Geschichte. Und einmal den lebenslagenspezifischen Ansatz von Einführung von Grundeinkommen. Und da sind wir beide an einem Thema dran. Das heißt, für die Leute muss erfahrbar sein, Schritte in Richtung Grundeinkommen verbessern mein Leben. Ein Beispiel ist, ein Sabbatical-Grundeinkommen einzuführen. Jeden Menschen das Recht, im Lebenslauf dreimal faktisch auszusteigen und das statisch finanziert mit einem ordentlichen Grundeinkommen 1.500 Euro. Um auch mal zu schnuppern, wie das ist, wenn ich ohne Erwerbsarbeit ganz gut leben kann. Ein Beispiel. Grundrente im Alter. Keiner fällt unter 1.500 Euro. Zick. Kindergrundeinkommen. Also diese Debatten auch zu führen, neben der Geschichte sozusagen schrittweise partielle Einführung, die horizontale Ebene schrittweise in den Lebenslagen spezifisch etwas einzuführen. Danke. Ja, eine Frage nehmen wir jetzt noch in die Runde. Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, inwiefern wird jegliches Steuermodell, ob jetzt die Konsumsteuer, Mikrosteuer, die auch gleichzeitig eine Konsumsteuer darstellen soll, Symbolcharakter haben für den Rest der Welt, es nachzuahmen. Und inwiefern wird eine solche steuerliche Abgabe der Massen an Menschen, die hauptsächlich diese Kosten tragen werden, die fortwährende Umweltzerstörung aufhalten? Ja, vielen Dank für die guten Fragen. Vielleicht, wenn die letzte an dich ging, Elisabeth, magst du kurz darauf antworten? Es waren ja jetzt einige Fragen und deswegen, ich hätte jetzt einmal darauf geantwortet, bezüglich der Mikrosteuer, wie das bezüglich der Größenordnung. Es ist ja so, wenn man es jetzt mit BIP vergleicht, das ist ja ein Zigfaches des BIPs. Im BIP-Wert ja nur der Wert der Endprodukte und der Dienstleistungen, die jemand kauft, im Endstadium berechnet. Die Mikrosteuer ist für jede Transaktion vorher. Und folglich ist, wäre es genau klar, dass es natürlich aufgrund der Tatsache, dass hier viele Transaktionen stattfinden, ein Euro zigfach den Besitzer wechselt und damit haben wir nicht einen Euro, den wir messen müssen, sondern der, der immer wieder weiter geht. Und das macht ja diese Billionen an Transaktionen aus, die hier jetzt tatsächlich auch so eine riesige Summe ausmachen. Folglich, das würde ich jetzt nicht einmal in Frage gestellt haben. Die Zahlen sind sicherlich ordnungsgemäß erhoben über die Zahlungsverkehrsstatistik und die BIP-Statistiken, die ja quasi dann den Interbankenbereich bewerten in dem. Und die andere Frage war bezüglich des Mixes. Ich glaube, in der Realität wird es immer einen Mix geben müssen. Aber ich wollte hier einmal aufzeigen, dass es eine Variante gäbe, die man ja zumindest einmal andenken könnte, ob das interessant wäre, um anderes aber zu reduzieren, um anderes zu verändern. Die Initiative, wo Mikrosteuer herkommt, ist ja nicht im Hinblick auf ein Grundeinkommen entstanden, sondern diese Schweizer Initiative wollte andere Steuern abschaffen, wie die Stempelsteuer und die Mehrwertsteuer und so weiter. Also das ist ja sozusagen als Grundidee, um eine Reform dieses Steuersystems zu machen, um von einer Belastung, die man vielleicht nicht mehr will, zu einer anderen Belastung zu gehen. Also Steuer ist immer eine Belastung. Wir hätten sie halt im Hinblick darauf betrachtet, dass es auch eine Finanzierungsoption in Richtung Grundeinkommen oder auch Klimainvestitionen sein könnte. Aber es wird immer im Endeffekt ein Mix sein und nicht eine einzelne Steuer für alles. Das scheint eher unrealistisch. Und als Symbol für den Rest der Welt hätte ich natürlich gesagt, diese Steuer ist auch als einzelnes Land einführbar. Und folgendes sollte man mal schauen, was rauskommt. Also das wäre jetzt nicht etwas, wo wir sofort mit starken negativen Effekten rechnen müssten, sodass jetzt irgendwelche Ausweichmechanismen sind, insbesondere weil Österreich zum Beispiel auch nicht so einen riesigen Finanzmarkt hat. Das könnte natürlich jetzt zum Beispiel, weil ich ja hier auch zum Beispiel Derivatehandel drinnen habe oder die Zinsderivate zum Beispiel oder eben die Devisentransaktionen. Das macht natürlich für einen Finanzstandort, wo hier sehr viel Handel passiert, auch sehr viel Volumen und folglich sehr viel Steuerleistung aus. Damit würde natürlich ein Finanzplatz, der sehr stark ist, schon mehr betroffen sein. Aber andererseits, es wäre halt auch möglich, hier da aus dem trotzdem eine andere Art der Steuerreform zu machen, sodass hier irgendwer ein Gegengeschäft ja möglich wäre, aufgrund des Volumens, das hier stattfindet. Das wäre jetzt meine Sichtweise. Es wäre eine Möglichkeit, auch eben, wie gesagt, für ein Land auch das umzusetzen, ohne hier so große negative Effekte zu haben. Und ich weiß schon, die eine Studie von einer Partei in Deutschland, hier wurden aber 90 Prozent wieder zurückgerechnet von der Mikrosteueraufkommen, ohne das zu begründen, warum das so ist. Das müssten wir noch nachher genauer besprechen. Ja, zwei Antworten auf die Frage, wie stoppt die Steuer auch die Umweltzerstörung. Eine Antwort ist, es muss ein höherer Anteil Ökosteuern oder Ressourcensteuern am Steuermix sein. Und die zweite Antwort geht in Richtung dieser Idee, ich nenne es mal wieder mit dem hohen Wort Befreiung sozusagen, dass Menschen sich aus, als für sie einengend empfundenen Verhältnissen befreien und dadurch zu einer Kulturänderung befähigt werden. Und da finde ich, ist diese Idee, die ich von Ronald eben gehört habe, die ich auch mit ihm zusammen entwickelt habe, ein Grundeinkommen für ein paar Lebensjahre zunächst erstmal jedem Menschen geben zu können, damit es mal spürbar ist, erstmal für ein paar Leute. Das kann sich aber rumsprechen. Und dann kann das auch eine Dynamik entwickeln, die wir ja in keinster Weise voraussehen können. Wenn Probleme drängender werden und wenn dann zeitgleich prototypische Lösungen als gangbar sich haben gezeigt, dann kann sowas viel schneller gehen, als wir alle uns das überhaupt vorstellen können, und dass auf einmal große Bewegungen entstehen, dass auch man das verallgemeiner hat. Aber ich glaube, wir kommen nicht drumherum, um diese ersten Schritte, um jenseits von unseren theoretisch immer besser werdenden Argumenten sozusagen, auch irgendwie praktische Evidenz zu organisieren. Ja, das bringt für dich was. Das ist nicht nur für das große Problem Klimawandel. Das bringt für dich was, wenn du ein Grundeinkommen hast und dein Leben ganz anders gestalten kannst. Ja, dann haue ich am Schluss nochmal richtig drauf auf die Einkommenssteuer, weil das ist wirklich Mist. Ich muss das nochmal versuchen auszuführen. Wenn wir uns darüber einig werden können, dass etwas zu besteuern bedeutet, dass ich es bedränge, zurückdränge, verhindere, dann ist Einkommenssteuer natürlich Bullshit auf den ersten Blick. Weil was will ich? Ich will, dass die Leute füreinander tätig werden. Also ist Einkommen zu besteuern Mist. Ja gut, aber dann muss ich mir selber auch vorhalten, ich will ja auch keinen Konsum haben. Ich will ja Nachhaltigkeit und so weiter. Also Konsum besteuern ist ja auch Mist. So, was bleibt denn dann noch? Ich habe ja gesagt, wir haben nur drei Kategorien. Transaktionsbezogen, Einkommensbezogen und Vermögensbezogen. Ja, machen wir doch Vermögensteuer. Ja, Vermögensteuer ist ja auch Mist. Wir wollen ja am Ende in einer weniger ungleichen Welt sein. Wo kommt denn dann die Steuerquelle her? Das heißt, wir haben nur Mist zur Verfügung. Das heißt, wir müssen uns irgendwo überlegen, was ist denn das, was wir am ehesten vertreten können. Und wenn ich jetzt bei der Einkommenssteuer auch nur mit einem kleinen Satz bleiben würde, dann muss ich sofort mir die Frage stellen, na, wie mache ich das dann mit den Ländern, die diese Einkommenssteuer nicht haben? Es gibt auf der Welt 33 Länder, die haben keine Einkommenssteuer. Keiner ist mit einem Industriestandort versehen, aber das sind diese üblichen Steueroasen. Das heißt, multinationale Organisationen checken das so, dass ihre Umsätze dort anfallen, also Verzeihung, ihre Gewinne dort anfallen, wo es keine Einkommenssteuern gibt. Das heißt, egal, wie wir das anpacken mit der Einkommenssteuer, wir müssten dieses Problem beantworten. Das Zweite mit den Maschinen und den Algorithmen. Wie bringe ich die dazu, den Nachteil, den die Menschen haben, dass sie ein Einkommen bekommen, zu kompensieren? Über die Wertschöpfungsabgabe reden wir schon über ein Vierteljahrhundert. Ist die in der Nähe der Einführung? Gibt es da konkrete Konzepte? Das ist viel einfacher, wenn ich es einfach beim Ende des Wertschöpfungsprozesses, beim Umsatz einhebe, wenn die Menschen keine Steuerbelastung haben vorher. Mensch und Maschine gleich besteuert beim Umsatz. Es wird sogar noch besser. Maschinen kriegen kein Grundeinkommen. Das wäre die Antwort auf diese Progressivität. Wie kann eine Konsumsteuer progressiv werden? Ja, indem ich für die Grundbedürfnisse diese Steuer jedem pauschal refundiere. Man könnte es auch negative Konsumsteuer nennen, was wir vorschlagen. Ich gebe jedem von euch recht, wenn ihr sagt, Ökosteuer, Umsatzsteuer, das ist ja alles eine Massensteuer und wirkt daher regressiv. Also bedrängt kleine Menschen oder kleinere Einkommen stärker wie große. Aber diesen Zustand kann ich ja sanieren, indem ich jeden Menschen für seine Grundbedürfnisse diese Steuer refundiere oder sogar präfundiere. Also in dieser Kombination, jede Ökosteuer würde so funktionieren. Zunächst einmal den Verbrauch besteuern und dann die soziale Komponente einführen durch eine Rückvergütung finanziell. Das wäre sozusagen der Punkt, wo ich sage, darüber müssen wir nachdenken, wenn wir das als einzelnes Land einführen wollen, irgendwann mal vorangehen zu können, brauchen wir eine Steuer, über die wir hier souverän entscheiden können und nicht eine, wo alle anderen mitziehen müssen, damit das Konzept tragfähig ist. Und bei der Konsum- bzw. Umsatzsteuer, ich weiß nicht, ob die Steuerfanzys euch das erklären können besser als ich, ich versuche es mal, an den Grenzen bleibt die Steuer zurück. Es gibt sozusagen das Bestimmungsland-Prinzip, wenn ihr bei Amazon irgendwas bestellt, dann kommt das sozusagen netto in euren Webshop eingespielt und erst wenn ihr eure Adresse eingebt und sagt, ihr wohnt in dem Land oder in dem Land, dann wird euch die entsprechende Umsatzsteuer aufgeschlagen und ihr seht den Endkundenpreis. Und genau so könnte man an den Grenzen ein Grundeinkommen konsumsteuerbasiert finanzieren, über die Einkommensteuer von Apple können wir uns zwar unterhalten, die werden wir als Finanzministerin oder Finanzminister von Österreich nie sehen. Ich muss zu diesem Zeitpunkt leider die Diskussion hier am Panel beenden. Es gibt aber später die Möglichkeit, Helmo ist schwer zu übersehen, die Einkommens- und Vermögensteuer doch noch zu verteidigen. Also das müssen wir auch später verschieben. Wir haben auf jeden Fall als nächsten Punkt eine Zusammenarbeit. Ich muss zu holen, ja. Okay, aber wie viel? Da reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt eine kurze Pause machen und dann eine Zusammenfassung und Reflexion, will ich mich ganz herzlich beim Panel bedanken. Es ist doch zwar ein forderndes Thema um die Zeit nach dem Programm, aber ich finde, hier waren doch spannende Ansätze zu erkennen, mögliche Kombinationen und Mixes. Also die Mikrosteuer hatte ich davor nicht gehört, finde ich wirklich ein Ansatz, das man mal durchdenken müsste. Und ich denke auch, dass die Ökosteuer verbunden werden kann mit Ideen, die dem BGE nahestehen. Also da sehe ich gar nicht so viel, vor allem mit dem Konsumsteuerkonzept, gar nicht so viel Widersprüche, wie es manchmal dargestellt wird. Vielen Dank.